Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. An so viele exotische Früchte sind Sie vielleicht in Ihrem Coop-Center auch schon manchmal vorbeikommen, ohne dass Sie sie gross beachtet hätten. Granatapfel, Kiwi, Mango, Passionsfrucht, Avocados, Papaya und Melonen. Diese Namen haben wir alle schon gehört, aber die exotischen Früchte kennen wir bei uns eigentlich noch nicht so gut. Nehmen wir doch das neue Jahr gerade mal beim Wort und machen ein paar kulinarische Neuentdeckungen. Eine ganz besondere Delikatesse sind die Avocados. Weil sie beim Kauf meistens hart sind, lässt man sie zuhause bei Zimmertemperatur ein bis zwei Tage ausreifen. Sie spüren es in der Hand. Wenn die Schale leicht nachgibt, dann ist der Avocado richtig weich und hat volles Aroma. Zubereitiert ist ganz einfach. Sie schneiden das Fruchtfleisch die Länge nach bis innen zum Kern. Dann können Sie die beiden Hälften gegeneinander drehen, bis sich der Kern noch löst. Den können Sie dann mit einem Löffel rausnehmen. Die Schale bleibt dran. Und jetzt wird die Avocado-Hälfte mariniert mit ein bisschen Zitronensaft, mit ein bisschen Salz und was noch dazu kommt, ist ein bisschen Pfeffer. Jetzt kann man das Loch vom Kern mit allerlei feinen Sachen auffüllen. Mit Gemüse, Boulet, Crevette oder Don. Und im Nu haben Sie eine herrliche Vorspeisse. Oder die Avocado als Dessert. Anstatt Salz nehmen Sie Zucker und füllen Sie die Avocados mit Fruchtsalat. Auch etwas, was Sie in den grösseren Coop-Center finden, ist die exotische Frucht Kiwi. Ein Kiwi halbiert man einfach. So. Und das herrliche Fruchtfleisch auslöffeln. So. Sie können sie auch schälen und in Scheiben schneiden. Und eine ideale Ergänzung ist das für den Fruchtsalat. Und jetzt machen Sie doch so eine neue Entdeckung für Ihr Neujahrsmenü. Exotische Früchte von Coop. Avocado, Datteln, Papayas, Kiwi, Ananas und viele andere haben Coop für Sie aus der tropischen Sonnencold von Afrika, Asien und Südamerika. So. Das wär's. Wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit im vergangenen Jahr. Und auf Wiedersehen im nächsten. Und natürlich wünschen wir Ihnen allen ein gutes Neues. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Liter Sais-Pflanzenöl statt 5 Franken nur 4.40 Franken. Eine Flasche Fox Citron für nur 1.60 Franken. 400 Gramm Pastetli-Füllung mit Gastronom statt 3.60 nur 2.90 Franken. Und jetzt gibt es bei Coop die verschiedenen Glacé-Spezialitäten für die Festtage unter den bekannten Qualitätsmarken Goldstar, Frisco und Pierrot 20% günstiger. Ein Pack Zweifelpombchips mit Paprika statt 2.80 nur 1.95 Franken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020